Herzlich Willkommen liebe Zuschauer hier zum zweiten Tag der Vako WM in Budapest. Neben mir steht der Chef-Bundestrainer und Bundestrainer für Leichtkontakt, Peter Zahr. Peter, gerade waren die Auslosungen für das Leichtkontakt. Wie sehen die Auslosungen aus? Durch Wachsen, wie fast immer, mit Spannung erwartet. Es sind schwere Lose teilweise in der ersten Runde schon und in der zweiten Runde. Aber es ist immer so, wie gesagt, die Nation, das wird ja immer schwerer. Wir haben viel mit dem Ostblock zu tun. Packen wir es an. Team ist gut drauf, alles ist lösbar. Einer, Togay Günner, ist 57, ist Dreckigen Weltmeister. Da hat er aber schon zweimal gegen ihn gekämpft und großartig gekämpft. Er ist noch so blutjung und wir werden diesen Weltmeister aus Ungarn knacken. Wenn nicht heute, dann in Zukunft, aber wir haben auch schon für morgen oder übermorgen. Weil der Terminplan steht ja noch nicht, der kommt erst heute Nacht. Wir sind da zuversichtlich. Wir werden alles geben. Auf jeden Fall werden wir eine Leistung abrufen, wo jeder sagt, Leute, besser kann man nicht kämpfen. Okay, das klingt auf jeden Fall motiviert und zuversichtlich. Müssen wir, müssen wir. Sehr schön. Eine Prognose? Eine Prognose, Medaillenspiel. Generell? Generell, also die Leistung, werden wir die Leistung abliefern. Also in der Analyse bin ich fest von überzeugt, dass da gute Analysen und auch einzelne Beurteilungen rauskommen. Vom Medaillenspiel haben wir ein Ziel gesetzt. Wir wollen zwischen vier und sechs Medaillen. Ja. Und alles, was über Bronze rausgeht, umso besser. Schauen wir mal. Wir verkaufen uns aber, wir kämpfen, das wisst ihr, bis zum letzten Mann oder bis zur letzten Frau. Das kriegen wir hin. Okay, gut. Dann denke ich, dürfen wir und die Zuschauer zu Hause gespannt sein. Peter, viel Glück und vielen Dank für das Interview. Darf ich auch noch was sagen? Also das ganze Leichtkontakt-Team und wir haben eben auch mit den Polenfeld und Vorkontakt mit den Logikern gesprochen. Ja. Viele Grüße nach zu Hause und drückt uns die Daumen. Schaltet den Livestream ein. Ja. Und unterstützt uns auch so. Wir wissen, dass ihr uns die Daumen drückt. Vielen herzlichen Dank von der Mannschaft. Dankeschön. 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 Dankeschön.